Guten Abend, meine verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Bekannte, sehr geehrtes Willkommen. In Namen aller Mitwirken heiße ich Ihnen herzlich willkommen zu unserem Jubiläumskonzert. Wir feiern heute unseren Geburtstag, das zehnjährige Bestehen unseres Chors. Zunächst möchte ich uns kurz vorstellen. Unser Name lautet Heysinka, was Morgentaub heißt, mit seinen Frustchen und Grafshalmen. Auch unsere Stimmen sind die einzelnen Taubtöpfe, die im Chor zu einer fließenden Wasserverschmierze. Der Chor besteht aus liebhabernder Russen, der russischen Volksmusik. Heute präsentieren wir Ihnen ein spezielles Programm mit geistlichen Liedern, mit klassischen Chorwerken, russischen Romanz und Serenalen. Nach der Pause hören Sie zum Volkslieder. Ich hoffe, dass jeder heute etwas für seinen Buch stattfindet und viel Freude bekommt. Als erstes hören wir hier ein Lied. Ich trinke aus, man ihn wohl. Applaus Applaus Ich trinke aus, man ihn лю. Ich... Ich trinke aus, man ihn wohl. Ich... Ich trinke aus, man ihn wohl. Ich, das bzw. Mathias corps und conservatives freundlichen Auf dem Text von Alexander Puschke. 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 Alexander Puschke liebte die Serenaden zu lautschen und lieferte gleichlich Texte für die schönen Lieder. Somit ist er auch der Autor des Textes des zweiten Lieders. Der Höhne ist nächstes an Nataschen. 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 Der Waldgeist lebt allein im tiefsten Wald, glücklich und zufrieden mit sich selbst und der Welt. Plötzlich sieht er eine Hexe und der alte Wisch von der Liebe verrückt. Das nächste Lied heißt »Der Waldgeist«. Der Höhne ist nächstes an Nataschen. 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 Nuh. Die Geschichte der russischen Musikkultur zu Anfang des Neustjas ist gerademals gekennzeichnet von Aufblühen der Romanze. Intensive Gefühle, die jeder Romanze durchdrängte, spiegeln die geheimnisvolle russische Wähler wieder. Somit hören wir als nächstes eine Romanze auf dem Text von Kalzow. Kommt zu mir! Kommt zu mir, Ogratet dich! Kommt zu mir, Ogratet dich! Kommt zu mir, Ogratet dich! Kommt zu mir! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich liebte sie. Vielleicht ist dieses Feuer in meinem Herzen noch nicht ganz verglüht. Doch ihre Ruhe ist mir vor allem teuer. Durch nichts betrügen will ich ihr gewöhnt. Das sind die Zeilen aus einer der berühmtesten Gerichte von Alexander Buschke. Nun hören wir eine Romanze von Cherie B. Thierke zu diesem Text. Ich liebte sie. Das ist die Zeilen aus einer der berühmtesten Gerichte von Alexander Buschke. Das ist die Zeilen aus einer der berühmtesten Gerichte von Alexander Buschke. Das ist die Zeilen aus einer der berühmtesten Gerichte von Alexander Buschke. Das ist die Zeilen aus einer der berühmtesten Gerichte von Alexander Buschke. Das ist die Zeilen aus einer der berühmtesten Gerichte von Alexander Buschke. Das ist die Zeilen aus einer der berühmtesten Gerichte von Alexander Buschke. Das ist die Zeilen aus einer der berühmtesten Gerichte von Alexander Buschke. Das ist die Zeilen aus einer der berühmtesten Gerichte von Alexander Buschke. Das ist die Zeilen aus einer der berühmtesten Gerichte von Alexander Buschke. Und die είναι aus einer der berühmtesten Gerichte von Alexander Buschke. und danach Herbstwahl von Kupulismus-Trenniger. Die Solisten Natascha Stanishev. 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 Untertitelung des ZDF, 2020